Hallo Minecraft, Willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ich habe inzwischen die Monsterfalle hier ein bisschen laufen lassen und habe einige Lootbacks schon bekommen. Ich werde hier mal einsammeln, bis man Rare kriegen. Nein, Legendary. Legendary heißt das Ding. Unsere Strings haben sich vermehrt und hier ist auch noch ein bisschen was drin. Ich habe oben ein bisschen Bäume angepflanzt. Deshalb werden wir jetzt erstmal hier noch ein paar Tisten machen, damit wir noch ein paar Pfeffer kriegen. Wo wir dann hier einbauen können. Aber wir brauchen noch ein bisschen. Hier kommt die Legendary hin. So. Jetzt müssen wir die natürlich erstmal reinstellen und einhauen wir das da rein. Ich habe auch angefangen hier eine Priorität zu versetzen. Das heißt eins. Ist der für die Karotten? Nein. Damit da nicht irgendwelcher Scheiß reinläuft. So und die passen hier. Da kommt auch die Priorität Insert und eins. Und dann müsste das jetzt schon soweit passen. Ich habe außerdem die Diamantrüstung angezogen, die mir mein Eddy damals geschickt hat. Boah, nein! Boah, ich habe nicht gesehen, dass das ein Compressed war. Kommt her. Das war ein Compressed-Pongermen. Was denn? Zum Glück, da ist das ein bisschen. Zum Glück. Zum Glück. Ich habe nicht gesehen. Das ist ein Compressed-Endermen. Wenn die alle auf mich losgehen, hilft mir nämlich die Rüstung auch nicht. Aber ich muss sagen, die Enderperlen kommen ja gerade recht. Weil wir wollen hier gleich einen Aufzug installieren, der in diesem Ende nach oben führt. Und da drüben wird der Eckturm einfach so bleiben, dass der hier unten in einem Wasserloch endet. Dann haben wir da nämlich eine Schnellmöglichkeit, nach unten zu gelangen. Dammit. Was haben wir denn hier? Ein Bad Bag. Okay. Okay. Da oben kommt aber der Legendary rein. Mino-Issens. Okay. Nein, schon wieder. Mann, wie doof bist du denn? Ja, wir haben auch noch einen Aufzug, oder? Ach so. Hmm. Ich- Okay. Oh, 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 oh. Ich sollte vielleicht nicht mal nach dem Namen gucken. Frisch in den Enderman Hau. So, jetzt ist mal Ruhe hier. Ah, wir haben 17 Enderperlen jetzt. Mann, 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 was ne Aufregung. Kann ich hier eine Priorität vergeben? Gut. Dann könnten wir Redstone noch hier rein haben. Dann müsste auch noch eine Priorität vergeben sein. Sehr schön. Kiste. Holz. Reicht genau noch für einen Barber. Dann lachen wir mal den Schucker rein. Irgendwie habe ich nie Platz in meinem Inventar. Find ich doof. Finde ich doof. Ähm, Enderperls. Wir machen da mal kurz die Enderperlen rein. Ne, partnern jetzt inzwischen. Hätten nämlich die Bloodgang ein, ähm, Legendary Loot Backcraften. Das ist ein normaler. Tach, ey, zwei Compressed. Der Enderperlen ist auch der Hammer. Nein. Ich habe nicht gegabt. So. Das kann man alles automatisieren. Dieses Vercraften von den Loot Bags. Das hat man früher oder später auch so machen. Nein, du nimmst mir jetzt nicht so einen Loot Back weg. So, wir können uns gleich eine Legendary Ballen. Gehen wir den hier noch rausholen. Kann man hier, da, 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 da. Aus einem, yeah, Legendary Loot Back. So, jetzt machen wir da mal kurz Platz. Hauen den da rein, ja. Jetzt haben wir hier alle Loot Bags eigentlich voll, die interessant sind. Das ist auch ein normaler. Dann haue ich dich auf. Das ist auch ein normaler. Das ist auch ein normaler. Das ist Enderperlen auch immer gebrauchen. Für Enderio. Hier haben wir ja noch was zu essen. Was wollte ich denn gerade machen? Ach, wir wollten schon Elevators bauen, glaube ich. Noch mal vier Stück. Da kommt einer hier hin. Nein. So. Na. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Soll ich ganz nach oben kommen. Ich bin gerade mal. In, out. Ich möchte es so machen. Jetzt sieht da gar nichts aus. Okay. Dann ist hier ganz normal Insert Priorität neu. Wir müssen hier auch noch ein paar Dings da. Ja, Nerven. Nein, nicht schwer. Ich habe das nicht schon vorher weggebracht. Auf jeden Fall. Ja, genau. Legendary Loot Bag. Achtung. Und. Silverwood. Ja. Ist okay. Ist jetzt nicht mega, aber ist doch cool. Die nehme ich mal mit. So, also wir müssen jetzt da mal oben noch einen platzieren. Von diesen Elevatorn. Weil wir müssen natürlich auch auf die Monsterfalle. Und ich habe gemerkt, dass die Monsterfalle nicht symmetrisch gebaut ist zu meinem Grundstück. Oh, das reicht schon. Das reicht sogar. Ist ja ganz normaler. Ist ja ganz normaler. Ist ja ganz normaler. Gut. Oh, das reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Ich dachte, ich bin zu tief. Also, dass die Monsterfalle unten zu tief ist. So, dann kommt hier nämlich noch einer hin. Und dann sind wir schon, äh, haben wir schon die Möglichkeit, hier auf einen Schwingen nach unten zu kommen. Oh, was kann ich denn gegen diese Slime-Dinger machen? Das nervt mich. Die nerven mich. Die nerven mich. Das nervt mich. Slime. Das finde ich jetzt cool. Das ist wirklich, dass es wirklich reicht, hier mit diesen zwei Teilen ganz nach oben zu kommen. Ja. Ja. Nein. Der hier kann ich dann nicht machen. So, dann hier kommt noch einer hin. Das ist so jetzt richtig. Mal gucken. 2, 4, 5. Ja, aber hier kommt jetzt noch eins raus. Verpasst. Verpasst. Ja. Also auf jeden Fall können wir jetzt mit den Elevator viel schneller nach oben und nach unten gehen. Und dann ist viel geschickter wie vorher. Wir springen mal kurz noch nach unten. Ich wollte hier ja ein Wasserbecken anlegen. Das können wir ja jetzt endlich machen, nachdem hier... Ähm. Ah. Nein. Nein. Nachdem hier wir auch einen anderen Weg nach oben haben. Vorher war das ja nicht möglich. So. Das war ein ruhiges Wasserbecken. So. Jetzt habe ich noch oben einen Fehler gemacht. Ne, das passt eigentlich. Warte mal. Da. Da, 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 da. Da, da, da. Die holen wir mal alle raus. Und dann machen wir hier folgendes. das weg das weg so so und jetzt ein Block, zwei Blöcken ok, jetzt nehmen wir diesen diesen schönes Bildungsgrund und stecken uns hier einfach nach oben was sind wir denn? Oh, ich bin schon da Nein, jetzt haben wir keinen Stein mehr war das, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören so, zack jetzt habe ich leider keinen Cobblestone mehr hier das Ganze habe ich gebaut aber das kriegt man gar nicht mehr kurz hin wenn wir hier noch Cobblestone drin haben nein, haben wir nicht so ist das wenn man alle Schleusen öffnet ah, da ist noch wenn man alle Schleusen öffnet dann muss man aufpassen, dass man nicht ertrinkt das ist die Weisheit des Tages auf jeden Fall gut jetzt weiß ich bloß nicht wie ich da wieder hinkomme, wo ich gerade gebaut habe und der Diamond Wand wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange heben deshalb nehmen wir uns einen neuen mit das ist falsch so wird er gemacht hier haben wir auch noch Zeug rein alles weg hier, was wir nicht unbedingt brauchen so, jetzt lass mal gucken, wie tief wir hier fallen müssen damit war ich bin ja nicht so tief überlegen wir das ich bin nicht ganz geweckt ich bin nicht ganz geweckt wir probieren es alles gut gegangen nein was mache ich denn hier was mache ich denn hier so, jetzt aber ich weiß nicht ach so, der Bill of One ist kaputt ich dachte schon, ich hätte wieder kein kein Cobblestone, ne yeah da wollte ich jetzt nicht unbedingt runterfallen nicht unbedingt, ja oder auch nicht da das wäre das sichere Tod mal kurz ein bisschen Licht hier so also gut, wir haben jetzt hier schon einen Pfeiler nach oben gezogen ich denke von hier an wird man die Etage auch ein bisschen anders nach oben bauen vielleicht, ähm einfach mit einem anderen Stein aber es sieht schon alles jetzt mal ein bisschen ein bisschen nach Gebäude aussehen, ne ja nicht mehr so ein so ein Billigteil so hier müssen wir noch ein bisschen aufbauen also Platz machen jetzt machen wir hier ein 3x3 glaube ich ein Sprungloch von da oben rein und dann runter so passt das meiner Meinung nach das was haben wir hier denn noch für schöne Steine keine mehr das andere ist alles Greenstone was schönes so die Spinnen sterben hier unten natürlich nicht in der Monsterfalle aber die Monsterfalle ist aus das ist gut dann gibt es keine Probleme mit anderen Mitspielern hier so guck mal hier das Fass ist auch bald schon voll jetzt lassen wir mal noch ein bisschen laufen das machen wir aus dann schüsseln wir die wieder zurück dann kriegt man nämlich noch ein paar mehr Steine und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen nicht in den Schüssel nicht in den Schüssel nicht in den Schüsselmüssel also ich bedanke euch bei euch fürs Zuschauen da muss noch mal ein halbes Deck wenn es euch gefallen hat dann leistet ein Like und einen Kommentar da schaut auch mal in die Beschreibung da sind auch die anderen Spieler von diesem Projekt verlinkt die hier schon ein bisschen mehr gebaut haben wie ich wie man hier so ganz leicht erkennen kann da drüben da drüben gibt es mal wieder Junkloader die äh Spotloader die eigentlich völlig Banane sind braucht kein Mensch irgendwie habe ich glaube ich Hunger ich sollte mir unbedingt was zu essen organisieren bevor wir diese Folge beenden Essen Essen vernachlässige ich immer hier so warte mal haben wir hier noch was drin Äpfel und Weizen aber wir haben keine Kohle mehr dann bringt uns das Weizen jetzt im Moment auch nichts dann nehmen wir mal hier Möhren so also ich bedanke mich gleich fürs Zuschauen wir haben die Monsterfalle abkigiert und uns einen besseren Weg nach unten gebaut ja das wird demnächst noch weiter gebaut einfach nach oben gezogen dass wir hier in der Mitte eine große Säule kriegen da wird man dann die Monsterfalle nicht mehr sehen und dann geht's weiter hier vielen Dank bis zum nächsten Mal Ciao Minecraft